Hallo und herzlich willkommen allen YouTube-Zuschauern, die den Stream auf YouTube nachgucken. Wir machen heute folgendes. Wir haben das letzte Mal die Platine fertig zusammengebaut und getestet und komplett zusammengelötet. Ich wollte ja irgendwas zusammenbasteln, das ich hinten an 230 Volt dranhängen kann, damit wir sehen, ob die Pumpe und die Heizung funktionieren. Da habe ich mal was anderes überlegt. Das lösen wir heute mit ein bisschen... ...naja, einer anderen Lösung, weil ich das einfach interessanter finde. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wie ich das vorhabe und ob ich nichts kaputt mache damit. Und das ist Variante 1, weil wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir die ganze ESB Home-Geschichte heute mal ein wenig ins Laufen kriegen. Ich habe mich ganz minimal eingelesen. Es gibt ein paar richtig, richtig, richtig coole Dinge bei ESB Home. Und zwar kann man da Skripte machen, die kann man aufrufen und so weiter. Und da werden wir uns jetzt halt einfach mal ein bisschen durchprobieren. Also wir tun ESB Home-Programmieren. Wir tun etwas Umbauen noch und gucken, warum Taste 3 nicht funktioniert. Taste 3 und die WS2812, die erste, hat in Kombination auch nicht funktioniert. Da schauen wir uns dann mal auf der Platine an, warum das so ist, wenn wir es schon rausfinden. Ich habe diese unglaublich geniale I-Bomb von Matthias, wo wir einen Schaltplan bzw. die Leiterpanne nachverfolgen können. Vielleicht liegt es auch an dieser Diode, die wir drin haben, vielleicht liegt es auch an irgendetwas anderem. Also wir werden es, da habe ich nicht richtig aufgelötet. Das kann sein, das hat ja einfach keine 5 Volt. Das schauen wir uns nachher gleich an. Wir haben hier ja jetzt alles fertig gelötet. Wir haben das das letzte Mal ja auch schon getestet. Das heißt, da kommen dann auch zwei, also ich tue hier rum, tipseln, es ist ausgesteckt. Nicht, dass jetzt heißt, ich tue hier tot verderben, Welluntergang. Also ausgesteckt. Wir haben die Triax eingelötet, wir haben letztes Mal getestet, es kommen hier 230 Volt raus. Das funktioniert soweit. Was ich jetzt aber machen will, ich will jetzt nicht hier irgendwie kompliziert 230 Volt einlöten. Es ist mir nämlich einfach zu kompliziert. Das muss nicht sein. Deswegen nehme ich die Mox nochmal raus. Also diese Opto-Triax, die wir da drin haben. Idealerweise so, dass ich nicht die Beinchen abbreche. Oder mir die Pinzette in den Finger stecke. So. Und wir haben jetzt ja hier im Prinzip zwischen dem Kontakt und dem Kontakt, also da haben wir einen Vorwiderstand. Jetzt komme ich mal rein. Da habe ich einen Vorwiderstand. Wir haben zwischen dem Kontakt und dem Kontakt, haben wir quasi, das ist Masse und da ist die LED, also Anode und Kathode von der LED. Die gehen da so rein. Und da habe ich mir jetzt überlegt, eigentlich können wir ja ganz schlicht und einfach, zeige euch, was ich da Tolles habe. Ich habe ja da ein LED Design Kit von Wirt und da sind ganz viele LEDs drin. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt nehmen wir einfach eine 3 mm LED und zwar eine rote für Heizung. Zack und eine grüne zum Beispiel für Humpe. Dass wir gleich Unterscheidung haben, da sehen wir es ja gleich farblich. Was was ist, macht dann auch Sinn. Jetzt haben wir überlegt, wenn ich das da reinstecke, dann wird vermutlich der Sockel nicht kaputt gehen und nicht so verbogen sein, dass er unbrauchbar wird, oder? Gucken wir mal. Ah ne, das geht sich schon aus. Und dann stecken wir die hier so rein. Dann haben wir die jetzt nämlich da drin stecken, dann leuchten die hoffentlich, theoretisch, das schauen wir uns jetzt gleich an, ob sie es tun. So, jetzt stecken wir den Temperatursensor aus, wenn wir jetzt hier 230 Volt drauf geben, hier leuchtet es grün und den Temperatursensor einstecken. Ja, funktioniert. Dann leuchtet das gleich, genau, dann funktioniert das. Die LED funktioniert, die LED funktioniert, wobei die lila leuchtet, eigentlich sollte die auch weiß leuchten, glaube ich. Ich weiß nicht, warum die lila leuchtet. Die funktioniert nicht. Da schauen wir jetzt mal ganz schnell. So, wir haben irgendwo Masse, hier hat er sogar Testpunkte, Matthias. Sehr gut. Und dann sollten, da links unten, glaube ich, ja, da ist tatsächlich, ähm, dann habe ich tatsächlich diese 5 Volt, weil da haben wir es ja direkt drauf verbunden, oder? Wo gehen denn die hin, die 5 Volt? Hä? Hä? Gut, nicht irgendwo 5 Volt sein, habe ich die da angesteckt, alle, sind ein paar Kunden, ja. Also, irgendwo sollten nur 5 Volt sein. Ground, 5 Volt da oben. Hä? Was hat mein Multimeter gerade für ein Problemchen? Volt. Gleichspannung, 0 Volt. Gleichspannung, 0 Volt. Ground, 0 Volt. Aber irgendwas zappelt da rum. Hä? Moment. 5 Volt, 3,3 Volt haben wir da oben. Dann zeigt mein Multimeter nichts an. Ähm, da und da. Da habe ich 5 Volt. Ähm. 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 Sind die Angstprüfer? Äh. 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 Moment. 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 Ja. Ja, das erklärt, das erklärt ein bisschen was. Also, das erklärt ein bisschen was. Also, das erklärt ein bisschen was. Also, so ein bisschen was erklärt das. Ähm. Netzliste, hat er gesagt, haben wir. Irgendwo haben wir hier Günd. Günd. Das rote ist Günd und das ist der Testpunkt. Naja, ich will jetzt nicht sagen, die Testpunkte mit Günd hängen in der Luft, aber wenn man hier zugucken sollte, die Testpunkte mit Günd hängen in der Luft. Dann nehmen wir Ground doch einfach hier an der Seite direkt mit einer Klapse. So, dann habe ich auch eine Hand frei. Wir haben 5 Volt. Nun funktioniert es. Auf der Seite von der Diode sollte man auch 5 Volt haben und auf der Seite von der Diode sollte man dann 4, irgendwas haben. Genau. Ist das da unten der Pin mit VCC oder wo ist der VCC? Da oben haben wir 5 Volt. Pin 1 sind VCC. Da liegen 4,3 Volt an. Oh, okay. Das sollte somit so weit funktionieren. Warum dann die Taste nicht funktioniert, müssen wir uns jetzt gleich anschauen. Jetzt schauen wir uns mal die 2812er da schnell an. Ja, bis sie verschmolzen, aber die ist eigentlich da schon verlötet. Und da ist sie auch verlötet. Ich meine, die haben wir ja schon mal recycelt. Von dem her darf die schon ein bisschen mitgenommen ausschauen. Das darf sie. Das ist erlaubt. Das darf man. Jetzt gehen wir wieder rüber. Jetzt geht es nämlich an den Test, ob überhaupt die Taste funktioniert. Irgendwie zumpelt der da anständig rum mit seiner Temperatur. Heating. Was haben wir denn eigentlich eingestellt, dass der hier die ganze Zeit aus und einschaltet? Hä? Müssen wir uns auch anschauen, was der da gerade macht, weil eigentlich sollte er nicht außen einschalten. Und dann Taste 1, 2, 3. Jetzt drücke ich mal die Taste 3. Die Taste geht auf jeden Fall. Dann ist die Frage, warum geht die Taste LED 1 nicht? Und warum leuchtet LED 2 lila und nicht weiß? Die LEDs haben wir nicht direkt als auswählbares Element drin. Wir schauen jetzt nur noch mal, wo sie dranhängen sollten. Wir haben hier den Neo Pixel Bus. Der hängt an GPRO 18 dran. Das wird vermutlich immer noch stimmen. Wir schauen sicherheitshalber. Die LEDs hängen an GPRO 18 dran. Das passt soweit. WS 28 12. Sieht gut aus. Wir schauen hier nochmal schnell rein. Der GPIO 18. Schauen wir mal, ob der da irgendwo benamst ist. Da muss einer von denen da sein. Genau. WS 28 12. Da kommt das Signal von 8 12 heraus. Also eigentlich sollte sie funktionieren. Sie gibt sie auch hier mit D-OUT weiter an die nächste LED. So gesehen spricht nichts dagegen, dass es funktioniert, vor allem weil sie durchgerutet wird. Aber jetzt schauen wir nochmal, was wir in der Software drin haben. Wir haben hier Sensei HLBS 8 12, GRB. Das sollte eigentlich soweit gepasst haben. Hat ja schon mal funktioniert. Wir haben LED 1, LED 2, LED 3. Dann haben wir hier die IDs. Und die kopiere ich jetzt einfach mal und schreibe zu ID noch. Name davor. Bedeutet, dass sie dann nämlich unter dem Namen theoretisch im Home Assistant gefunden wird. Und dann können wir sie auch normalerweise direkt ansteuern. Schauen wir mal. So. So sollte es so weit dann eigentlich funktionieren. Upload über der R. Wie es funktioniert. Wie es funktioniert. Einfach so. So, Uploaded Program, gehen wir da ein, kurz warten, dann sollte es gleich wieder online kommen, so, jetzt ist es da, jetzt haben wir alle drei LEDs, LED 1, die geht nicht, LED 2, die geht und LED 3 geht auch. Die 2er, Rot, Weiß, ah das ist Weiß für sie, ok, na dann habe ich die tatsächlich beim Umlöten, weil die doch ziemlich empfindlich sind, dann habe ich die tatsächlich beim Umlöten vernichtet, so wie es ausschaut, ok, weil die sollte sonst Weiß sein und die LED 3, Orange, ja die funktioniert noch, Blau, Lila, verschiedene Helligkeiten, Rot, Weiß, die funktioniert korrekt, wie man sieht, also das wäre, die funktioniert, die andere Zahl muss ich tauschen. Also, was wir jetzt für ein Problem haben, ist diese Boilertemperatur, die schwankt mir viel zu, viel zu sehr. Die LEDs packen jetzt wieder raus, die Namen, brauche ich nicht drin. Wir haben hier die Analog-Heini-NTC-Geschichte, wir haben die Konstante alles eingeben, das soll soweit passen. Wir haben auch diese Verstärkung drin und wir haben hier diesen Multiplayer drin, das soll alles soweit hinhauen. GPR-O36 ist auch der richtige, wir schauen nochmal sicherheitshalber nach. Der 36er wird schon dieser Sensor VP da oben sein. Sehen wir mal, super, sichtlich. Das sollte, wo hat der den Temperatursensor, da unten, mit dem 3K3 nach oben gehen, da geht es zum ADC und der geht nach Masse. Das ist eigentlich genau die Schaltung, wie wir sie testhalber aufgebaut hatten. Jetzt will ich nur eine Geschichte kurz nachschauen, warum das so schwankt, ob vielleicht die 3,3 Volt da oben nicht ganz so stabil sind. Da haben wir quasi den Spannungswert vom NTC, 2,39 Volt, jetzt warm macht, dann geht es runter, das passt. Und da oben haben wir die 3,3 Volt, aber die sehen mega stabil aus. Also da würde jetzt mal nichts sehen, dass da irgendwie... Das Multiply sollte eigentlich passen, das war ja so original, es ist ja auch der ESP, den wir drin haben. Das heißt, das sollte klappen. Update-Intervall haben wir jetzt ein relativ großes. Die Frage ist, ob wir das jetzt machen, hier mal 0,25 rein, damit das Ding nicht instant explodiert. Und dann geben wir dem ganzen mal Name, geben wir dem ganzen Kind mal Namen und zwar einfach Sense Temp. Weil dann haben wir vielleicht immer Glück haben und da können wir mal schauen, wie der Wert ausschaut. Das müsste soweit funktionieren. Und Pille, Upload over the air und schon ist er da. Und jetzt sollte man hier unten irgendwo Sense Temp, das ist zumindest die Spannung, mehr braucht man nicht. Jetzt schauen wir mal, ob die da irgendwie wild rumhüpft oder was die da macht. Aber eigentlich hat er jetzt keinen extremen Ausreißer gerade. 2,7 Also finde ich jetzt Lackert das Licht dann ein bisschen? Ne, oder? Also die Heizung ist gerade auch nicht beim Durchdrehen. 2,7 2,7 Also 2,67 2,68 Zumpelt jetzt auch nicht irgendwie übertrieben krass rum das Ganze. Also das schaut stabil aus. Die Temperatur springt aber enorm umher. 3K3 sind es auf jeden Fall. Ich sehe es nicht. Ich habe nicht so gute Augen. 3K3 sind es. Genau. 3K3 haben wir auf jeden Fall verlötet. Das heißt, da müssen wir schon mal einen anderen Wert reinschreiben. Also 3,3 Kilo Ohm ist der Downstream. Und der sollte sonst eigentlich passen. Aber jetzt tun wir hier mal den Namen da oben rein. ID Sends Res Gespeichert habe ich es. Kompilieren wir es nochmal neu. Aber der zappelt schon. Oh! 11K Also da Da zappelt es gerade enorm rum. Also da hat er irgendein Problem hat er da. Jetzt so mein erster Gedankengang. Wir können ihm hier Von Aber wir gehen hier eigentlich direkt aus dem LDO und da unten Wir können ihm hier nochmal einen 100 Nanofarad Kondensator rüber geben. Von den 3,3 Volt rüber zu den Zum Ground Dass wir quasi dann nochmal eine Glättung drin haben. Und was wir ihm auch noch spendieren könnten. Theoretisch wäre ein Fairy Beat. Dass er quasi nochmal eine kleine HF-Befilterung drauf hat. Erstmal die Leiterbahn auftrennen. Zack Und Zack Und Zack Geht das unter dem Mikroskop Nicht schlecht aus. So Die Leiterbahn auftrennen. Dann hier rüber Die Den Verriet Beat dann löten Auf die Leiterbahn Und auf Die Leiterbahn da unten drauf Zack Zack Und Dann holen wir uns Die Haben wir da für Größe 100 Nanofarad Die können wir von Da 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 rüber löten Oder Dahin Ungefähr da in dem Bereich Dann haben wir die da auch entsprechend Passend verlötet Kratzen wir ein bisschen ab So Ich finde es cool wie der ganze Chat Gespannt zuguckt Was ich hier vor mich hin bastle Keiner schreibt mehr was Alle total aufgeregt was das jetzt hier wird So Lütschtoblack runter Und Glasradierer hinterher So Und dann Und dann Und dann und dann und dann Und dann Immer mit der Temperatur Auch wieder ein Bereich Der Für mich in Ordnung ist Dann brauchen wir ein Dünnes Lötzinn Dann löten wir hier einmal da an Jetzt haben wir fast Der andere Lötkolben wieder lieber Der Mikrolötkolben Gell Tun wir den da dran Weil der ist gerade für so Zeugs tatsächlich enorm Gut habe ich die letzten Male festgestellt Dann stecken wir den da dran So Und zack heißen Dann löten wir hier einmal Einmal Hinterher Einmal da oben Dann geben wir dem da den Verritbit drauf Ich kriege es nun aus Dass ich ein bisschen flexibler bin Der Verritbit Der kommt hier drauf Von da Von da Nach Da unten Von da Na Na Da unten dann die 100 nanofarad sollte dann so weit funktionieren wie gewünscht dass wir jetzt da genug flussmittel hinkriegen auch schon alle hören nur zu voll gespannt am verfolgen was der komische hier macht mit dem ganzen zeug so dass da dran und den kapazitor da noch dran sieht gut aus sieht sogar sehr gut aus gefällt mir jetzt haben wir hier das ganze jetzt wirklich fast noch von dem vcc pin der vierte war das aller komme gar nicht hin da kommen wir nicht hin ich würde ziemlich fast noch gern hier normalen 100 nanofarad über die über die spannung einfach noch mal drüber weil so schnell ändert sich der wert nicht dass da die 100 nanofarad großartig wehtun schätze mal nicht macht meinen kleinen rein aber den würde jetzt auch noch mal etwas glätten mit dem kondensator wenn es dann immer noch wuchst dann haben wir ein anderes problem dann ist einfach der esp müll so wir gehen hier drauf hätte gesagt ein perfektes genommen des 0805 normpad ja ich habe leider gerade irgendwie kein flussmittel stift zur hand also vermutlich schon aber da müsste man massiv bewegen und das im lötsin wie man sieht muss reichen das reicht auch und da drauf zum bettchen kommen und zwar so dass ihr aber setzt davon dann haben wir das auferlötet und jetzt soll es eigentlich also meiner meinung nach sollte es jetzt schon unglaublich stabil sein das ganze dann nehmen wir ihm hier das ganze wieder raus diesen diesen median filter tun wir ihm raus in widerstand der hat schon küpft die temperatur sehen wir eh oben dann kompilieren wir das ganze noch mal ich behaupte jetzt mal es sieht etwas stabiler aus behaupte jetzt hier der widerstandswert hüpft tatsächlich immer noch relativ krass rum aber die temperatur hüpft jetzt nicht um ein zwei drei grad nach oben und nach unten das ist schon mal positiv heizung geht heizung geht pumpe geht die frage ist na das sieht das eigentlich gut aus also das funktioniert alles soweit betrifft die frage ist das ist die frage ist die frage ist eine frage ist jetzt und dann gehen wir dem aber für die frage ha mode heat ok schauen wir mal eine dann geben wir dem jetzt Preset Name Standby, Default Target Temperature Low, Tiefet Temperature High. Ne, High brauchen wir, Low interessiert uns ja eigentlich nicht. Wenn wir im Standby sind, habe ich gesagt, soll er 60 Grad regeln. Dann brauchen wir Kaffee, weil Kaffee soll auf 80 Grad regeln und wenn er ausschaltet, bei dir im Git zu finden. Na toll, das ist das, was ich gemeint habe, es wäre so viel cooler, wenn es bei mir oben wäre, weil jetzt muss ich es wieder nachziehen und wieder auf irgendein so ein Dingsbums und das ist doof. Standby, Kaffee Temperatur 80 und dann machen wir noch einen Sleep Modus, da soll er es auf 20 Grad halten. Funktioniert das? Default Target Temperature High is defined in Standby, with no cool action. High Target Temperature when switching to this Preset, also die obere Temperatur, die ich gerne hätte. dann sagen wir im Mode Heat, dann hat er gar kein Cooling und dann wird er es schon gar nicht wollen, oder? Nehmen, Mode Heat, zack, zack, zack. muss ich da echt low eingeben, dann Upload, dann sollten wir jetzt hier beim Thermostat dann andere Werte haben, also andere Presets haben, die wir einstellen können, so, Idle Heat, Sleep, so, warum hat er den jetzt nicht gehabt, Kaffee, 30 Grad, aha. Standby, Standby, 30 Grad. Warum ist maximal 30 Grad möglich? Min Temperature, Max Temperature. Temperature Step machen wir 1 Grad, weil das müssen wir auch nicht auf Komma Grad einstellen. So, und das klappt das jetzt, Climate, wenn wir das da oben dazuklatschen, bin ja mal gespannt. Min Temperature, ja, 15, maximal 90, Temperatur Step 1. Min Temperature is an invalid option for climate.thermostat, please check the dentation, climate platform, irgendwas, also muss ich visual mit dazuschreiben, oder was, kann das sein, visual, quasi die, ja, quasi die Anzeige, dachte jetzt nicht, dass man das muss, genau, ähm, danke, cheat, dacht nicht, dass das da mit dazu geht, waren wir grad dezent unklar, gut, 19 Grad, jetzt haben wir hier auch auf Grad genau, 90 Grad, 15 Grad, Preset, Sleep, 20 Grad, Kaffee, LED, 80 Grad, ja, schaltet LED auch gleich ein, Sleep, schaltet das auch nicht aus, jetzt, ah, jetzt kann ich hier aber besser was einstellen, ne, 19 Grad, 20 Grad, wir haben 2 Grad Hysterese drin, das heißt, ja, bei 22 schaltet er ein, 22 schaltet er ein, bei 19, 18, also direkt drunter schaltet er aus, perfekt, ist das gerade ein bisschen zu träge noch das Ganze, wie er es ein- und ausschaltet, aber das schauen wir uns dann beim realen Boiler dann an, jetzt passt mal auf, er hat jetzt für Sleep hier automatisch so ein, so ein Schlafteil drin, hat jetzt für Sleep hier automatisch, ein Schlafteil drin, Default Preset, wir haben ja diese verschiedenen Standards, die es ja eigentlich gibt, und zwar Sleep, Sleep, Eco, machen wir es anders, Sleep, Eco, 60 Grad, quasi im Sparmodus, und, Activity, 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 das sind drei Standardwerte, die er hat, eventuell, 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 Default Preset, ähm, Default Preset, da hat er ja vorher gesagt, On Boot Restore from Memory, haben wir nochmal gesagt, von the last time it was running, Default Preset my Startup Preset, dann tun wir jetzt hier Default On Boot Restore, weil ich hätte nämlich gern On Boot Restore Default Preset, dass es auf jeden Fall in den Standardstatus zurückgeht, nicht dass irgendwie der auf Heizen war, du steckst außen ein und der geht wieder auf Heizen zurück, also er soll auf jeden Fall auf Default Preset und das wäre Sleep, ja mal grundlegend Nummer eins, wo ich sagte, das wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Und jetzt haben wir Standard Presets und vielleicht haben wir da auch einfach wunderschön tolle Standard-Icons dafür. Bestimmt. Und sie werden wunderschön sein. Ich freue mich jetzt schon. Das schnell zu machen, sonst kommt gleich eine Fehlermeldung. Ach, ist das schön, dass der jetzt auf Grad genau anzeigt und nicht auf zig Milliarden Grad das Ganze macht. So, er ist wieder verbunden. Wir haben jetzt hier Preset Sleep, Activity, äh, Eco. Activity gefällt mir jetzt noch nicht so ganz, aber ich meine, ja, man läuft hin zur Kaffeemaschine, ne, das passt auch. Zack, 80 Grad. Das gefällt mir. Er geht auf den Slip zurück. Das heißt, selbst wenn jetzt hier irgendetwas ändern würde, und wir starten es nochmal neu, das Ganze, dann wird er vermutlich auch wieder auf, wobei 20 Grad ist auch schon wieder so ein Thema, ne, da gehen wir lieber auf 10. Dann haben wir jetzt die Temperaturregelung soweit eingestellt. Wir haben diese verschiedenen Modes. Ah, und was ihr noch schauen wollt, irgendwas wollt ihr noch schauen, und zwar ist mir das neulich aufgefallen, Firmware. Und zwar, ob man da nicht irgendwie eigentlich bei ESB Home eine Software-Version hinzugeben kann. Da, Project Information. Das ist bei ESB Home ganz oben da. Project. Senseihaio.hitec Schauen wir mal, ob er das macht. Das wäre schon cool. Ich finde das schon ganz praktisch. Wenn man dann sieht... Oh mein Gott. Einmal komplett durchkompilieren, weil ich ein Projektkommentar hinzufüge. Schauen wir mal, weil ich es fände echt ganz praktisch, wenn man dann sieht, was für eine Version drauf ist. So. Uploaded. Wahrscheinlich wird das dann da unten irgendwo dabei stehen, würde ich mal sagen. Configuration oder so. Vielleicht fliegen jetzt ja auch diese LED-Dinger und so aus. Ne, darf ich mal nicht löschen. Nö. Schade. Doch. Hier, Device-Info. Hightech bei Senseihaio. Hardware 1 0 0 0. Wie ist das jetzt das? Hightech bei Senseihaio. Moment. Hightech bei Senseihaio. Hightech bei Senseihaio. Dann machen wir hier schon ehaio. Ehaio. Senseihaio. Version 1 2. 1 2 3. Schauen wir mal nur, ob man das jetzt wirklich anpasst. Ob wir jetzt das Richtige haben. Senseihaio bei ehaio. Geil. Gefällt mir. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank für den Stream. Ich hoffe, die Videozusammenfassung auf YouTube gefällt euch auch. Weil die will ich nicht immer umsonst machen. Aber sie kommen gut an, die Videozusammenschneiddinger. Macht es gut, danke und ciao.